oh tanken ich muss tanken okay 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 dann diese blackouts rein damit klar deckel drauf bringt auch nix für mich jetzt ehrlich danke nee lass lass ich hab ich hab schon nein lass mal lass mal stecken du weißt mehr als ich was da drin steht also du ich hab's nicht gelesen ehrlich ich hab's nicht gelesen ehrlich ich hab's nicht gelesen ich weiß doch nicht was da drin steht aber über deine schwester können wir reden hey maria 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 ich hab's doch echt nicht gelesen könnt ihr einer mal die zettel aufheben ich würde mal sagen ich muss aufs klo ich hab's vergeigt ich hab's vergeigt ey man ey wir hatten gerade die hat mir ein gemacht wir waren tanzen alles und ich bin hier schon wieder in diesem treppenhaus ich hab's verkackt ich wusste dass dieses taschenschloss endlich mal repariert werden sollte ich wusste es aber nein die arbeit ging ja vor ich hatte keine zeit das reparieren zu lassen und jetzt so ein mist ich hoffe die ist nicht sauer ich hoffe ich kann es noch klären das ist ich hab echt keine ahnung wir schaffen das wir sind erwachsene frauen wir kriegen das hin ja scheiße ah ähm 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 ha 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 danke danke schön okay danke ähm danke 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 ich ahne üble ich hab wieder ein ganz ganz schlecht wir sind in der bar wir sind in der bar das war der der mich im fahrstuhl begrüßt hat der bürgermeister pfarrer fahrer okay was denn ich wills doch nur lesen darf ichs mal lesen darf ichs lesen darf ichs lesen ich darf es nicht lesen wow oh Was nehme ich denn ein? Ja, der ist tot. Schon wieder weg. Das Amulett. Ich muss dir das Amulett holen. Gute Sache. Ich muss dir das Amulett holen, um unsere Freundschaft zu retten. Freitag. Scheiße. Oh Mann, die ist so angepisst. Die ist so angepisst. Und was ist das für ein Schlüssel? Die Akte. Das Basso. Oder wie so ein Büffel. Und das Taxi. Fahre ich jetzt zur Arbeit? Ich hole das Amulett. Ich hole hoffentlich das Amulett. Ich muss das Amulett holen. Auf jeden Fall bedeutet ihr das was. Und dann deute ich ihr dann auch, dass mir ihre Freundschaft wichtig ist. Ich wollte ihr Vertrauen echt nicht verletzen. Hey. Hey. Hi. Hi. Okay. Fahren Sie mal rückwärts. Drinnen Sie um. Okay. So. Dann suchen wir mal das Amulett. Auf jeden Fall über den Zaun rübergeworfen. Über den Zaun rübergeworfen. Haben wir hier noch irgendetwas, was wir noch... Oh, noch eine Blume. Die nehmen wir auch noch mal mit. Okay. Ich glaube, wir stehen auf Blumen. Ich mag Blumen. Wir waren auch schon länger nicht mehr zu Hause, um zu sehen, ob da die Blumen alle wachsen, ne? Oh, da ist auch noch eine. Ich will die haben. Wir nehmen alle Blumen mit. Komm ich hier noch mal hoch? Komm ich hier irgendwie hoch? Ich will diese Blume. Scheiße. Ich komme da nicht hin. Ich kriege die Blume. Doch. Ich will die Blume. Ich komme an die Blume nicht mehr ran. Nein. Okay. Okay. Schade. Aber gut. Okay. Vielleicht über den Baumstamm. Komme ich über den Baumstamm? Nein. Okay. Gut. Wir wollten keine Blumen sammeln. Wir wollten das Amulett sammeln. Sammeln. Suchen. Finden. Ich gucke trotzdem noch mal nach Blumen. Da. Da ist noch eine Blume. Yeah. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt, aber vielleicht machen wir für Maria einen schönen Blumenstrauß. Finde ich, finde ich eine nette Sache. So wirklich als lieb gemeinte Entschuldigung. Jo. Okay. Okay. Auf jeden Fall müssen wir da rüber. Da führt kein Weg dran vorbei. Kriege ich das hin? Gut. Okay. Ich will hier... Achso. Ich muss noch vorne klettern. Okay. Super. Rauf mit dir und kletter. Sehr schön. So. Dann will ich jetzt hier... Ich will hier gerne runter. Nein. Ich will natürlich gerne weiter nach vorne. Okay. Jetzt aber. Jetzt will ich hier runter. Ich will hier runter. Da muss ich hin. Okay. Ich muss hier runter. Runter. Hallo. Nein. Autsch. Autsch. Lebe ich noch? Oh, verdammt. Mein Schädel. Das war keine gute Idee. Okay. Okay. Alles okay. Ich kann alles sehen. Aber ich hoffe, ich habe keine... Oh, da. Da war doch was. Da war irgendwas. Da. Da. Eine Blume. Nimm mich mit. Wir machen Ihnen ja einen schönen Blumenstrauß. Okay. Noch irgendwas? Okay. Absturzstelle. Haben wir alles platt gedrückt? Scheiße. Was ist das denn jetzt hier? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Okay, wir sind auf dem Army-Gelände. Das dürfen wir nicht vergessen. Was wir hier gerade machen, ist nicht erlaubt. Ich gehe mal von aus davon, dadurch könnten wir suspendiert werden. Okay, aber es ist es mir wert. Los, los. Komm schon. Kick dagegen. Ja, nochmal. Fässer. Ja, noch. Achso. Achso. Ach ja. War ja ganz easy. Okay. Okay. Was ist das? Ist es? Nein. Okay, das ist nicht das Observatorium. Okay. Wo sind wir hier? Was ist das hier? Okay. Okay, irgendwo da oben ist der Zaun. Gehe ich mal von aus. Und ich wette, wir dürften nicht hier sein. Da. Nein. Okay. Ah, Blümchen. Nehmen wir mit. Kriegen wir hin. So. Sehr schön. Okay. Ist hier noch irgendwas? Unser Scanner-Blick. Okay. Hier ist sonst. Weiter. Doch da. Da ist das. Ach, eine Blume. Okay, ich dachte, das wäre das Medaillon. Okay, hier sind wir reingekommen. Gut. Dann suchen wir das. Ah, cool. Ach, direkt auf den Stein gelandet. Okay. Das muss ihre Schwester sein. Das ist ihre Schwester. Entschuldigung. Okay. An dieser Bar haben wir uns angefreundet. Was ist mit dir passiert? Was ist mit dir passiert? Was ist mit dir passiert? Okay. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Okay, Fahrstuhl, Fahrstuhl, Fahrstuhl. Okay, alles im Grundbereich. Okay. Okay. Ich will ja... Okay, dramatische Musik. Dramatische Musik. Was heißt das? Was passiert dir jetzt? Vorsicht, nicht ausrutschen. Frisch gewischt. Miss J Ortega. Okay, ich gehe erst mal... Kann ich? Nein, ich komme hier nicht weiter durch. Scheiße. Okay. Wenigstens das Amulett zurückgeben. Da wird sie sich freuen. Scheiße. Ich bin nicht... Echt? Fuck. Ich muss bei ihr einbrechen. Ich werde bei ihr einbrechen. Werde ich bei ihr einbrechen? Ich werde bei ihr einbrechen. Das ist... Nein. 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 Keine gute Idee. Wollen wir die Freundschaft wieder haben? So. So. Nein. Lass es. Scheiße. Das Marinier wirklich. Warum? Warum? Verdammt. Okay. Sind wir ehrlich? Uns interessiert der Raum oben. Wir gehen nach oben. Okay. Wenn die nach Hause kommt... Ey. Das gibt so Stress. Das gibt so unnötigen Stress. Okay. Wenn wir schon hier sind. Bitte? Bitte? Was ist das hier? Okay. Was... Was ist das hier? Ein Labor? Okay. Was geht hier ab? Ist sie... Im Hexenkult tätig? Kristalle? Kerzen? Ich bin mir nicht sicher. Was macht die hier? Okay. Aufnahmegeräte. Abhörgeräte. Wieso ein EEG? Eine Shisha? Alter. Okay. Ist das... Nicht unser Chef? Alter. Was... Was... Was ist das? Was ist das? Das sind laute Akten. Laute Akten. Okay. Scheiße. Oh Mann. Aber ich habe doch keine... Was soll ich denn? Der Ehering. Oh Mann. Der Anhänger. Ich muss mit ihr reden. Ich muss irgendwie mit ihr reden können. Scheiße. Schon wieder späte Nacht? Sie sind auch nur der einzige Taxifahrer in dieser Gegend, ne? Scheißjob. Ich habe Mist gebaut. Riesenmist. Dabei habe ich die Akte noch nicht mal gelesen gehabt. Ich weiß noch nicht mal, was hier vorgeworfen wird. Okay. Okay. Ja, ja. Erstmal das Amulett sicher bewahren. Gute Idee. Gute Idee. Ich bin auf dem Wasserturm. Hoffe ich. Okay. Vielleicht ist sie ja hier. Sie ist hier. Cool. Hey. 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 Ich muss mich entschuldigen. Es tut mir leid. Echt. Echt. Ich weiß. Der Eindruck ist, ich habe die Akte echt nicht gelesen. Es tut mir leid. Wirklich. Du weißt, wie es bei uns ist. Es ist ein Auftrag. Hier. Nimm deine Akte. Ich will damit echt nichts zu tun haben. Wirklich. Ich will damit nichts zu tun haben. Hier. Hau weg. Das bedeutet mir nichts. Ehrlich. Ich. Wirklich. Nein, jetzt ehrlich. Es. Was? Wieso? Wieso hat sie den Umschlag? Ähm. Scheiße. Die weiß von meinem Drogenproblem. Sie hat gesehen, dass ich da was mitgenommen habe. Ich habe ein Drogenproblem. Oh, fuck. Chef. Äh. Echt, der Chef. Das ist. Das ist privat hier. Chef. Ah, fuck. Oh, ja, 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 ja. Wow, 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 wow. Locker bleiben, locker bleiben. Alter, wie spät ist es denn? Sieben, sieben Uhr fünfzig. Echt jetzt? Ich habe schon zwei Federn. Sieben Uhr fünfzig. Echt jetzt? Schau, überall sind meine Blumen. Oh, Mann. Alter. Überall habe ich die Blumen gestellt. Mann. Klar, geiler Tag wird das heute wieder. Was? Boah, weh, ist nichts wichtiges. grob. Du bist er. WieAS.